Mein Name ist Nico Jäger. Ich bin seit 24 Jahren an der Bündner Kantonsschule als Hausmeister tätig. Wir haben den Tersky Swing Robot 2000 im November 2017 zur schnelleren und effizienteren Reinigung der Sporthalle angeschafft. Der Roboter ist eine große Hilfe. Die Größe, Stabilität, Wasserkapazität und Betriebszeit haben uns sehr beeindruckt, ebenso wie der erzielbare Reinigungsbereich. Die Integration in den Reinigungsplan der Sporthalle war vollkommen problemlos. Wir setzen den Roboter jeden Tag ein. Dank des großartigen Displays und der großen, leicht verständlichen Symbole ist die Anwendung ganz einfach. Die Zusammenarbeit mit Diversi war hervorragend. Wir konnten den Roboter zunächst testen und haben Problembereiche dann gemeinsam gelöst. Wir mussten früher häufig abends arbeiten, doch das ist nun nicht mehr der Fall. Das Gerät hat also auch die Lebensqualität unserer Mitarbeiter verbessert. Dieser Roboter war eine hervorragende Anschaffung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017